Liebe Erdingerinnen und Erdinger, heute darf ich Sie herzlich einladen. Am 7. Juli haben wir von 11 bis 16 Uhr mit einem bunten Rahmenprogramm einen Tag der offenen Tür. Wir haben keinen Festakt zur Erhebung der großen Kreisstadt gemacht, sondern wir waren der Meinung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln ein Programm, zeigen, welche Leistungsfähigkeit die Stadt in ihren unterschiedlichsten Facetten hat. Vom städtischen Bauhof bis hin zu den Feuerwehren und die Mitarbeiter hier bei mir im Rathaus haben tolle Aktionen auf den Weg gebracht und ich darf Sie herzlich einladen, jung und alt, wer immer gerne kommen mag, sich im Haus umzusehen, was in seiner Stadtverwaltung passiert und vor allem mit welchem pfiffigen Rahmenprogramm wir auch ein Preisrätsel projiziert haben, bei dem es dann auch schöne Gewinne gibt. Für die Kinder ist es sicherlich interessant, nicht nur auf der Hüpfburg, sondern vielleicht auch mal auf dem Sitz des Oberbürgermeisters Platz zu nehmen, die goldenen Bücher mit ihrem Eintrag zu sehen und vieles mehr, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus bieten können. In dem Sinne herzliche Einladung und ich würde mich freuen, wenn ich Sie persönlich begrüßen könnte.